Wer ist gestorben? Der Zwilling. Aber beide? Wer hat den Zwilling gefunden? Uh, die Jungfrau... Können wir der Jungfrau vertrauen? Nur gefunden oder hast du das dahin gelegt? Wer ist am Mittlerenfall Zwilling? Der Steinbock. Das sind intelligente Leute. Wer ist der erste Verdächtige vom Steinbock? Der Skopje. Ja. Stille Wasser sind tief. Aber stopp. Der Skopje hat ein Alibi. Die Waage, die sehr loyale Waage. Können wir diesem Alibi vertrauen? Deshalb gibt es zwei weitere Haupferdächtige. Einmal ich. Und... Und der Schütze. Wer war es letztendlich? Wer hat Zwillingen umgebracht? Siehst du das stille Wasser? Und wer wird dafür verurteilt?